Wahnsinn, der tobt sich aus. Na komm wieder. Den gefällt es egal, wie es hier aussieht. Wo ist denn jetzt? Da bei dir? Wo kommt denn der jetzt her? Nelo? Prima, mein Großer. Bisschen ganz toller. Wo du hingehen sollst, Papa oder Mama. Ich schätze mal, der wird heute Abend schlafen.